So Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel des Videos entnehmen können. Heute testen wir die teuerste Streak in Black Ops 4 und zwar das Kampfflugzeug, Freunde. Kombination Drohne, Einsatzteam und das Kampfflugzeug, Freunde. Ich sag's doch jetzt schon, ich hab die Runden schon erspielt. Abnormale Kombination. Ihr müsst euch aber vorstellen, das Kampfflugzeug ist halt für die Spawns gemacht und das Einsatzteam pusht halt in die Häuser rein, wo sich die ganzen Gegner verkriechen und hoffen, dass sie nicht sterben oder also nicht, dass sie 50 Mal sterben. Freunde, Jacques Moselle, diese Auswahl, probiert's mal selber aus. Ich will nicht weiter rumschnacken, gönnt euch das Video und ich würde sagen, viel Spaß damit und let's go! Wo ist der? Nein, hau ab. Er hat ihn so einen Spezialistenmüll. Mann, Digga, komm doch da raus, ey, komm. Ja, alles klar, was ist denn hier los? Boah. Holy fuck, Mann. Ja. Ich denke, sowas stimmt man wahrscheinlich dann wieder, ne? Nice. Boah, sind alle da oben am Campen, ne? Ugh, schwierig. Ruschen, komm. Nice. Ja, wie spät wurde der mir denn angezeigt, ne? Einsatzteam. Hinter mir. Oh, 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 oh. Okay, das war anders knapp, Freunde. Aha! ha, Freunde, was ist denn hier los, so muss das, ja, aber wir haben absolut die beschissenste Map dafür, obwohl, obwohl, ich spreche einfach mal hier rein, okay, beste Map ist es jetzt dafür eher weniger, aber es geht eigentlich, ne, da bist du ein bisschen pech, dass wir keine Gegner hier haben, aber wenn wir treffen, dann treffen wir richtig hier, oh, komm, komm, er geiert mich, spawn flip, komm, Digga, den kann ich mir hier, jawohl, oh, nice one, oh, komm, die spawn hier weiter, nice, Digga, was ist hier los, baba, alter, wow, what the fuck, man, nice, okay, komm, oh, nein, oh, Digga, das wäre wieder so nice gewesen, nice, nice, 31,4, Freunde, Easy, Speed, oh, nice, man, GG, kommt ja, ne, kommt von, ich komme schon wieder von 8 Seiten, nice, umdrehen, Holy fuck, okay, come on, nice, nice, na, wo spawn die jetzt, man, oh, Holy fuck, Einsatzteam, würde ich auch schon behaupten, ist, ich glaube, die beste Streak in, boah, ja, in Black Ops 4, ja, come on, gib mir einen Hack, ich spawn hier weiter, Digga, oh mein Gott, was tun, oh, oh, Waffel leer, Waffel leer, Waffel leer, Waffel leer, Waffel leer, Waffel leer, Binniger, 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 uh, nice, komm, alter, was machen wir gerade, was machen wir gerade, ja, wir haben den Swann absolut auseinandergenommen, Freunde, oh mein Gott, Digga, darf man das überhaupt noch viel zu hochladen, haha, okay, die kommen alle hier, Ah, aber schon wieder ein, das Team, alter, würde sagen, Leute, wir starten in die Runde rein, wir lead, ja, kann schwierig sein mit der Waffe, wir probieren es einfach mal aus, okay, nice, den haben wir schon mal, die Sonne ist so am Blenden, ich sehe die Gegner erst mal gar nicht im ersten Moment, und ich hoffe, es sind keine Kirchenschimmler, moin, ich habe gar nicht gesehen den Gegner, okay, okay, die Frage ist jetzt, wo die spawnen, und ich hoffe, dass die ja nicht irgendwie mit 50 Mann oben in der Kirche rumgeleiern, okay, der war ein bisschen lost, würde ich mal behaupten, okay, Drohne raus, okay, Gegner haben auch Drohne, das heißt, also, die haben schon ein bisschen Hände, würde ich jetzt mal so behaupten, okay, nice, raus mit dem Ding, wir nehmen alles hier mit an Punkten, okay, ich spawn immer noch da vorne, boah, holy shit, okay, es war ganz, ganz knapp, okay, da oben ballert einer rum, oh, warte, 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 wir gehen nochmal zurück, nein, Einsatzteam haben wir schon mal wieder, nice, der hat 20 Punkte vor Kampfflugzeug, ja, Kampfflugzeug, Freunde, da ist es doch, nice, man, hier, gönn dir meinen Hack, Bruder, komm, Bruder, hau rein, warm, alter, nice, komm, Feuer, 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 ah, okay, team jetzt geiern, gerade ein bisschen, weil ich noch ein bisschen auch hier, boah, die werden gerade richtig hart auseinandergenommen, hallo, warum treffe ich dich nicht, ah ja, komm, nochmal hier rein, ich verteidige mich auch ein bisschen selber, oh, Brudis, alter, na, die sind jetzt nur noch sich am zurückziehen, also, das ist schon echt ein bisschen lächerlich, also, pushen nicht mehr wirklich krass, so, oh, oh, Waffel, ja, nein, oh, fuck, das war, oh, das wäre so krass gewesen, 42,7, ich habe vier Spezialisten Tode gefressen, es ist unglaublich, aber gut, Leute, wir wollen ja nicht uns aufregen, wir haben die Gegner wieder zerpflückt, ne, wie ein Apfel vom Baum, und ja, ich würde sagen, machen wir uns jetzt nochmal, könnte mir gut vorstellen, let's go, lolololol, immer mal kein Quatsch, du kleine Eierkopf, du, na gut, weiß wie man sich nennt, alter, Kanonfutter, warte, oh Gott, wie schlecht, das war schon besser, okay, Drohne, Oh Gott, die handen mich, oh Gott, nice, können wir mal hier probieren, einen wegzuholen, ja, die spawnen eigentlich, ne, oder, ja, aber er hat einfach nichts getroffen, also eigentlich hätte ich tot sein müssen, nein, 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 einsatzteam ist der gegner muss ganz kurz nachladen da war schießen ja alter und hier raus mit der mumpe meine güte aha mit dem turn und kampfflugzug erreichen was deutsch ist gerade beste gegner ist ein streuner vorher vorher lecker schmecker für spaß und lecker wo sind denn die geschnaß einfach mal hier rein auch kommt 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 in den klassischen doppelschlag er kommt alter wo sind sie denn hier vorne kommen hier kommen kommen kugel rein lecker schmecker oh mein gott was mutter ruft die bohlen auf youtube hochladen wir sagen wir pushen direkt hier weiter vor wer da eigentlich da gewesen ich hätte ihn auf jeden fall safe gehabt da vorne ist auch einer und hier vorne ist auch einer ich bin so am pushen mit 34 1 oh mein gott bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal